Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Technik Loft. Heute dreht sich alles um Gimbals, genauer gesagt den brandneuen AK-2000C von Firetec. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, der erste Eindruck, dieses Paket ist verdammt klein. Ich habe letztes Jahr schon gedreht mit dem Firetec AK-2000, was der Vorgänger ist. Und da sah hier diese Box so aus und die ist schon ein ganzes Stück größer. Insofern bin ich sehr gespannt, was die neue Version der AK-2000C besser kann und vor allem, was alles in dieser kleinen Box drin ist. Aber genug geredet, jetzt reißen wir erstmal hier das Plastik von der Verpackung ab und schneiden dann auch noch hier diese Tapes auf, damit wir sehen, was in der Verpackung drin ist. Und als erstes sehen wir dann, dass wir hier Schaumstoff haben, der den Gimbal gut schützt, während dieser dann um die Welt geschickt wird, was immer gut ist, damit es keine Beschädigungen gibt. Und hier sehen wir schon den kompletten Inhalt. Als erstes haben wir natürlich einen Quickstart Guide in verschiedenen Sprachen, sowie dann auch QR-Codes für die entsprechenden Apps, um diesen Gimbal zu steuern. Als nächstes sehen wir dann, dass wir einige Kabel hier schon im Lieferumfang mit inbegriffen haben, was natürlich super ist. Und nachdem wir die hier entwirrt haben, gucken wir uns jetzt mal genauer an, was für Kabel beiliegen. Als erstes sehen wir hier ein USB Type-C auf USB Type-C Kabel, also für viele moderne Kameras wie die A7 III. Dann Type-C zu Multi, Type-C zu TRS 2.5 mm und dann als nächstes DC 2.5 mm und dann Type-C auf Micro-USB, also für ältere Kameras in den meisten Fällen. Und als letztes haben wir dann noch ein USB Type-C zu Type-A Kabel. Das wird genutzt, um den Akku des Gimbals aufzuladen. Aber jetzt genug Kabel. Jetzt finden wir hier dieses Mini-Stativ, was wir unter den Gimbal schrauben können. Das hat auch ein sehr gutes Gewicht, fühlt sich sehr hochwertig an und hat auch hier diese gummierten Seiten. Insofern ist es auch sehr griffig, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und als nächstes haben wir dann hier diese kleine Plastiktüte mit Schrauben. Genauso sind zwei Schrauben, eine um die Kamera festzuschrauben an der Stativplatte und dann nochmal eine Schraube, um diesen Lens-Support, den wir hier sehen, festzuschrauben. Als nächstes haben wir dann hier diese kleine Stativplatte, womit man dann die Kamera auf dem Gimbal befestigt und dann diesen kleinen Imbus, wo man dann diese Griffe austauschen kann gegen andere Designs, die auch verfügbar sind. Aber egal, jetzt reden wir über diesen Gimbal selbst. Und der fühlt sich schon sehr hochwertig in der Hand an, also da bin ich sehr positiv überrascht. Wir sehen hier schon, dass wir dieses Holzfinish auf meinem haben, gibt ihn aber auch in Carbon oder in Camouflage, haben dann den USB-Type-C-Anschluss zum Laden und den Power-An- und Ausschalter. Hier das Display, jetzt entfernen wir die Displayschutzfolie und darunter sehen wir dann einen Joystick sowie drei dezidierte Knöpfe, um zu bestimmten Funktionen zu wechseln. Und auf der Rückseite haben wir dann diesen Trigger-Button. Des Weiteren sehen wir dann auch hier, dass wir diese Motorsperren haben, die auf jeden Fall sehr praktisch sind und ein Highlight für mich. So, und jetzt sind wir auch schon bei meinen ersten Eindrücken und da muss ich sagen, dass die durchweg positiv sind. Nicht nur ist die Verpackung, wie gesagt, deutlich kleiner, nein, es ist trotzdem auch viel Inhalt, was das Zubehör angeht, da drin. Also wir haben zum Beispiel diese ganzen verschiedenen Kabel, womit eigentlich alle Kameras abgedeckt werden sollten, was super ist. Zusätzlich dazu auch schön ein USB-C-Kabel, um den Gimbal selbst zu laden. Und man sieht schon, hier auch der Gimbal selbst ist von der Größe her deutlich geschrumpft, was super ist, einfach wenn man ihn mitnehmen will. Wir haben hier auf der linken Seite den etwas älteren AK2000 und hier diesen neuen AK2000C auf der rechten Seite. Und da sieht man schon den Größenunterschied, der doch relativ signifikant ist. Und ich muss auch sagen, dass die Verarbeitungsqualität mir bisher sehr gut gefällt. Ein Highlight ist definitiv, dass man hier an der Seite diese Platten hat, die man auch in verschiedenen Designs kaufen kann. Also man kann den Gimbal so ein bisschen für sich selbst customisen. Also es gibt hier dieses Holzfinish, dann gibt es noch so einen Carbonfinish und ich glaube auch so einen Camouflagefinish. Finde ich eigentlich ganz nett. Und vor allem fühlt sich der Griff an sich auch besser an. Also er ist nicht mehr rund, sondern an den Seiten abgeflacht und das gibt einen wirklich guten Grip in der Hand. Also da bin ich schon positiv überrascht. Abgesehen davon, das größte Highlight für mich ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier Sperren haben für die einzelnen Achsen. Denn das bedeutet einerseits, dass man, wenn man den Gimbal erstmal kalibriert mit seiner Kamera, man viel flexibler ist, weil man nicht alle Achsen gleichzeitig kalibrieren muss oder ausbalancieren muss eher, sondern man kann das eins nach dem anderen machen. Das wird schon deutlich einfacher und zusätzlich auch, dass man jetzt nicht mehr so Angst vor Beschädigung haben muss, wenn man jetzt den Gimbal ohne einen Koffer zum Beispiel in den Rucksack packt. Das würde ich jetzt bei einem Gimbal, der diese Sperren nicht hat, nicht machen. Bei dem hätte ich da nicht so große Bedenken. Und ich muss auch sagen, dass ich ein großer Fan davon bin, dass dieser Gimbal weiterhin ein Display auf der Rückseite hat. Denn nicht alle Gimbals haben ein Display, aber für mich persönlich ist das ein Feature, was ich auf jeden Fall haben möchte. Denn es macht zum Beispiel das Ändern von Einstellungen oder auch die verschiedenen Modi auszuwählen deutlich einfacher. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, dass hier auch dieses kleine Stativ, was dabei ist, nochmal qualitativ einen deutlich besseren Eindruck macht. Ist auch hier oben so ein bisschen gummiert, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das fühlt sich nochmal deutlich besser an als bei dem Vorgänger. Und insofern kann ich nur sagen, wie gesagt, bisher bin ich sehr begeistert. Und jetzt kann ich es kaum erwarten, mit dem Gimbal loszulegen, rauszugehen und Videoaufnahmen zu machen. Ich werde ihn mit meiner Sony Alpha 7 III und dem Tamron 28-75 f2.8 Objektiv verwenden. Und ich glaube, das wird eine sehr gute Kombination. Ich bin da sehr gespannt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich dann auch in dem Review klären soll, dann lasst die bitte in den Kommentaren. Ein großes Dank dir natürlich auch an Firetec, die mir diesen Gimbal für den Review geschickt haben. Und ich hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen.